hallo herzlich willkommen zu einer nächsten folge meine lieben freunde von let's play golf with your friends heute sind wir glaube ich zu sieben oder zu acht sogar und da wollen wir mal hier gucken was los ist als erstes natürlich haben zwei minuten zeit und ihr seht es sind ganz viele hier unten ich muss mal ganz kurz noch mal raus tappen die aufnahme die weiß man ja fast nie ob sie richtig ist und so ein bisschen werbung kann man dann vielleicht auch mal machen weil ich hat gesehen hier gerade so ein paar youtube kollegen entern wir mal den text hier so und das war viel zu viel da habe ich jetzt ein pech ich habe ein pech heute keine ahnung ganz kurz schlagen in der winkel da ist und zwar jetzt waren müh zu spät ein müh zu spät aber das war jetzt auch fast fast mit zweien machen wir es mit dreien rein so jetzt können wir vielleicht noch mal schreiben so muss ich das anhören in dem und rollo rollo roll rollo asider Ah, das ist zu wenig, mein lieber Kollege, Comedy-Gay-TV, Comedy-Gay-TV, muss ich mir mal aufschreiben, Comedy-Gay-TV, muss ich mal nachgucken, ich habe gerade geguckt, welchen Platz wir gerade sind, aber es macht Spaß mit so vielen zusammenzuspielen, es gibt jetzt auch ein bisschen ratzfatz, ich bin fünfter, egal, ein bisschen mehr Power, hinten dran gehauen, aber zwei ist auch noch gut, gut, da kämpft ihr noch ein bisschen, oh, zu wenig Speed, ähm, more Speed, äh, boah, es sind schon alle drin, immer noch fünfter, ne, dritter bin ich, laut Punkten, aber nicht so stark, zwei müssen eigentlich lang, selbst das war noch zu viel, ja, da machen wir den easy piece rein mit zwei Schuss, oh, der liegt ja auch ein bisschen blöd, was hat denn der vor, musst du weit hochschlagen, du bist ja noch weiter weg, musst jetzt gegen die Wand schlagen, genau, Mr. Miyakel, äh, manche haben es geschafft, ich nicht, das war zu viel, das war zu viel, und das war gerade so, ah, knapp, knapp, komm, nein, 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 stopp, 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 dolle Logie, nicht gut, ich kann hier gerade immer, was, ist ja gerade abge-, hm, jetzt bin ich abgerutscht, der Wilberg ist an erster Stelle, oh, das ist, das ist hart, das ist hart, die man drei gebraucht, wenn zum blick nicht, so, also wir abwarten, bis die Synchron sind und dann Fülle Pulle, ja, ich bin der einzigste am Start, der alles abwartet, jetzt müssten sie gleich synchron sein, wenigen Augen blicken, jetzt, uiuiui, sehr gut, gibt's dann das, da wartet man extra, schade, da hätte ich mal ein bisschen, äh, aufbauen können, die Map, ein bisschen, äh, äh, zu viel des Guten, ah, fast geschafft, guck dir das an, fast mit einmal, der weiß ganz genau, wie man das macht, der weiß ganz genau, wie man das macht, wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen mehr Speed haben müssen und dann so hier runter rauchen, dann komm, Dr. Claymanator, machst du jetzt rein, go, 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 go Oh, das ist richtig schlecht, was ich hier gerade mache. Nein! Ich weiß nicht, was ich gerade hier auf die Beine stelle, aber irgendwie... Also, gibt's denn sowas? Ha! Habt ihr's gesehen? Drübergesprungen. Sowas aber auch. Jetzt bin ich wieder ganz letzter. So. Oh, alle vier, ich sieben. Nicht gut. Nicht gut. Muss mich bessern. Macht er das Ding rein. Na, da hat er eins. So, machen wir das mal hier so. So. Bäm. 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 Oh, schade. Fast getroffen. Oh! Das ist doch fieses das. Das ist fies. Einfach nur fies. Gibt's denn das? Oh, jetzt hab ich drei Schläger. Ne, zwei, oder? Drei. Drei. Oh. 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 Warum ist der abgeprallt? Du dann mal was trinken. So. Nicht zu weit. So. Stopp, 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 stopp. Sehr gut. Gut. Two hits. Brauche ich wieder drei? Habe ich drei gebraucht? Vielleicht zwei. Uh, 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 uh. Cool. Oh, uh, 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 uh. Oh, uh, 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 uh. First try. Hatte ich hier noch nie. First try. Muss ich alles zugeben. Hm. Da Mr. Wienerkel, Wieberg, hat bestimmt auch first try. So schaut's zumindest aus. Eieieieiei. Der Typikop. Typikop muss das Spiel noch ein bisschen lernen. So, wo rollt er hin? Da runter. Es war ja nur dort rein. Und dann können wir mit ein bis zwei Schlägen auch im Loch sein. Ah, mit einem Schlag. Man wird auch eingebracht dort oben. Aber ich kämpfe mich wieder ran. Guck mal, so viele sind das gar nicht. Na, muss man nur ein bisschen geschickt angehen hier. Schade. Aber es liegt doch ganz gut. Zwei Schläge. Ich weiß nicht, wer der hier vor hat. Ja, ich bin wieder vierter. War das das letzte? Ne, das ist das letzte, glaub ich. Noch 18. Ich hab nicht nach vorne geguckt. Warten wir mal ab. Jetzt. Oh, ich würd grad abdrücken. Und jetzt. Huh. Zum Schläge? Nein. Das schaffst du nicht. Ah, ich hab mich noch auf den vierten vorgekämpft. Auf den dritten sogar, ne? 38, 49, 51. Sehr gut. Da meine lieben Freunde, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich hiermit. Und sag cchao. Tschüss.